Bhagavad Gita, Vers 3.36 Arjuna sagte, O Nachkomme Vrijnis! Doch was wird man getrieben, sündig zu handeln, sogar wie der Willen, wie unter Zwang? Erklärung Als Teil des Höchsten ist das Lebewesen ursprünglich spirituell, rein und frei von allen materiellen Verunreinigungen. Deshalb ist es von Natur aus den Sünden der materiellen Welt nicht ausgesetzt. Doch wenn es mit der materiellen Natur in Berührung ist, begeht es ohne zu zögern sehr viele Sünden, manchmal sogar gegen seinen Willen. Deshalb ist Arjunas Frage nach der pervertierten Natur des Lebewesens sehr dringlich. Obwohl das Lebewesen manchmal nicht sündig handeln will, wird es dennoch dazu gezwungen. Sündhafte Handlungen werden jedoch nicht von der Überseele im Herzen veranlasst, sondern haben, wie der Herr im nächsten Vers erklärt, eine andere Ursache. Untertitelung des ZDF für funk, 2017